Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Ja, zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen diese Reihe wahrscheinlich. Viele Gesichter sind ja hier öfter dabei, denn jeden Monat zeigen wir hier ein aktuelles herausragendes deutsches Kinowerk, wie wir immer sagen, was um den Kinostaat herum hier präsentiert wird und ja, das ist in dem Fall ein wirklich besonderer Film, der ist auch gerade nominiert für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste Kamera, hatte in Hof seine Premiere in Deutschland letztes Jahr, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und ja, wir freuen uns sehr, dann gleich auch den Regisseur hier vorne begrüßen zu dürfen. Aber zunächst sei noch gesagt, diese Reihe findet statt in Kooperation mit Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, EPD-Film, sitzen hier in Frankfurt auch und Ulrich Sonnenschein wird nachher nach dem Film dann das Gespräch mit Veit Helmer führen. Darauf freuen wir uns sehr, also bleiben Sie nach dem Abspann sitzen und begrüßen Sie jetzt bitte bei uns Veit Helmer. Willkommen in Frankfurt. Ja, schönen guten Abend. Wir sehen heute zwei Filme, wie ich gerade erfahren habe. Kein Double Feature, kein Schreck, also der erste Film ist nur sechs Minuten lang. Vielleicht soll ich dazu sagen, genau, wir zeigen statt Werbung nämlich immer einen thematisch passenden Vorfilm. Das ist normalerweise ein beliebiger Vorfilm aus der Filmgeschichte. Heute ist es ein Film vom selben Regisseur. Warum? Ja, er ist von mir und er ist von Filmstudenten aus Taschkent. Du musst schon sagen, wo das ist. Das ist in Usbekistan. Der Film heißt auch Usbek Express und ich bring den Studenten in verschiedenen Ländern der Welt bei, Filme ohne Dialoge zu inszenieren, zu schreiben, zu inszenieren und zu schneiden. Das ist eine große Herausforderung. Letztendlich ist es so ein bisschen mein Dogma. Auch der Langfilm, den wir heute sehen werden, ist ohne Dialoge erzählt und thematisch hängt das sehr eng zusammen. Das ist mir dann auch bewusst geworden, als ich meinen Langfilm gedreht habe, dass ich das ja schon mal sozusagen ähnlich thematisch als Kurzfilm das Thema verarbeitet habe. Es geht um einen alten Lokomotivführer, der die Liebe sucht. Ja, im Grunde eine Vorstudie zum Langfilm habe ich mir gedacht. In einer gewissen Weise und es sind auch alte sowjetische Maschinen und es, ja. Wie kommt es, dass du immer mal wieder Kurzfilme drehst? Naja, diese Kurzfilme sind tatsächlich eine Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, die Detlef Gerrige Schönhagen, der das erste Mal ein Flugticket für mich bezahlt hat zum Filmfestival in Jakarta, hat gesagt, also 1000 Euro, nur dass du auf die Bühne gehst und sagst, please enjoy my movie, wäre ihm ein bisschen zu teuer. Er möchte gerne, dass ich da eine Lecture gebe in der Filmuniversität. Und ich habe ihm gesagt, Lecture halten in der Filmuniversität bringt so gar nichts. Also wenn die Studenten lernen wollen, wie man Filme dreht, dann kann man das eigentlich nur, indem man eine Kamera an die Hand nimmt und dann viele Fehler macht. Und das ist ein recht aufregendes Projekt gewesen, was wir damals in Indonesien gemacht haben. Das hat aber so viel Spaß gemacht und hat viele Preise bekommen, dass ich das fortgeführt habe und viele Goethe-Institute fragen mich da also an und einmal im Jahr mache ich das. Und kurz darauf nach Indonesien kam, glaube ich, schon die Anfrage aus Usbekistan. Und ich gebe da wirklich nur ein Thema vor. Und da war es der Bahnhof, ein Drehort. Ich habe gesagt, überlegt euch was zum Thema Bahnhof. Und ich suche mir dann, also jeder darf eine Geschichte schreiben und ich suche mir eine aus. Also ich manipuliere natürlich schon so ein bisschen, dass ich mir eine Geschichte aussuche, die mir in irgendeiner Weise gefällt. Und die Regie machen aber wiederum die Studenten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das habe ich aber nicht erfunden. Das hat Wim Wenders mit uns an der Filmschule München gemacht, bei den Brüdern Skladanowski. Dass er gesagt hat, okay, ihr seid 15 Leute, der Film hat 45 Einstellungen, jeder darf sich drei Einstellungen aussuchen. Und man denkt natürlich jetzt, oh Gott, das haut nicht hin. Aber gut, da ist ja dann noch Wim Wenders gewesen, beziehungsweise in Usbekistan war ich da. Und meine Funktion sehe ich dann so ein bisschen als künstlerische Continuity. Ich gucke nicht, dass nicht jeder ein anderes Genre verfilmt. Oder wenn er es macht, wenn ich merke, der eine geht mehr in Richtung Comedy oder der andere zu weit ins Drama oder in die Tragödie, dann sage ich, lass uns zumindest noch mal ein Take machen, wo es ein bisschen ernster ist. Oder so, dass wir am Ende, zumindest im Schneideraum, genug Material haben, wo ein Film aus einem Guss entstehen kann. Jetzt haben wir zuerst Usbek-Express, aber dann vom Lokführer, der die Liebe suchte. Und vielleicht möchtest du uns auch dazu noch was vorweg mit auf den Weg geben. Denn das ist zwar ein anderes Land, aber tatsächlich so eine ähnliche Stimmung. Und es gibt ja dieses schöne Zitat über dich von Reinhard Kleber, du seist der große, moderne Märchenerzähler des deutschen Films. Schreckliches Zitat. Ich finde es schön. Also eigentlich, du hast mich ertappt, weil eigentlich habe ich versucht, dich zu beschummeln, indem ich viel über den Kurzfilm rede, dass wir gar nie, überhaupt nicht über den langen Film reden, weil ich möchte, dass ihr wie die Jungfrau zum Kind kommt. Please enjoy your film, würdest du sagen. Ja, eigentlich, ne? Also Märchen ist ja etwas, wo nach dem, ich ohne, dass ich jetzt wirklich das Wort Märchen genau definieren kann, aber ist ja immer irgendwo, wo etwas passiert, was im realen Leben nicht passiert. Und ich behaupte, dass das, was in meinem Film passiert, passieren könnte. Auch wenn es äußerst unwahrscheinlich ist oder die Zufälle sich in so einer Massivität häufen, dass man wahrscheinlich mehrere Leben verbringen müsste, um das zu erleben. Aber dennoch, es gibt nichts, was sozusagen den Gesetzen der Naturwissenschaften widerspricht. Es gibt keine Wunder und keine Elfen. Es gibt keine Marsmenschen. Also deswegen ist der Begriff Märchen für mich immer ein bisschen befremdlich. Ich wehre mich dagegen auch nicht, weil es gibt Menschen, die gehen gerne ins Kino, wenn sie hören, da ist ein Märchen. Aber ich schreibe es nicht aufs Plakat drauf. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich sage ganz viel Spaß und ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Großen Applaus, Veit Helmer und Film ab! Schönen guten Abend. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen. Beginnen wir mal mit dem Ort, diese weite Graslandschaft vor den kaukasischen Bergen. Das ist ideal für eine Eisenbahngeschichte. Wo hat das alles angefangen? In Baku, bei der Figur des Lokomotivführers oder letztendlich bei der Liebe? Also in Aserbaidschan habe ich 2008 den Film Absurdistan gedreht und das war eine wirklich schöne Erfahrung. Aserbaidschan existiert in unseren Medien nicht. Wenn da nicht der Grand Prix der Eurovision stattfindet, lesen wir nichts aus Aserbaidschan. Und aus sentimentalen Gefühlen, wenn ich mal am Flughafen warten muss, google ich ein bisschen, was ist da los? Und habe Bilder entdeckt von dem Viertel, wo die Züge so nah an den Häusern langfahren. Das Viertel nennen die Bewohner selbst Shanghai, weil sie denken, das sieht so aus wie in China. Das war, ich würde sagen, in Sekundenbruchteilen die Inspiration für die Geschichte. Da fährt auch tatsächlich ein Zug noch lang auf diesen Schienen oder ist das lange, lange vorbei? Das ist jetzt, das hat geendet, während der Dreharbeiten wurde angefangen, das Viertel abzureißen. Also mir wurde vor vier Jahren, als ich das erste Mal da war, schon gesagt, das wird bald abgerissen und ich, diese Produktion stand demnach unter einem hohen Zeitdruck, weil wir wussten, wir können den Film nicht irgendwann drehen. Es hat dann aber leider, wie das ja so ist, mit Drehbuchschreiben, Finanzierung, Casting sehr lange gedauert, bis der Dreh beginnen konnte, aber andererseits hat Aserbaidschan dann auch Probleme gehabt, mit den Bewohnern eine Einigung zu finden, was die als Abfindung bekommen für den Umzug und wir konnten den Film noch fertigstellen, bevor das Viertel verschwunden ist. Und die ganze Zeit sind da Züge durchgefahren oder hat man irgendwann gesagt, jetzt kann man den Bewohnern nicht mehr zuhören? Also seit Jahrzehnten sind die Züge da langgefahren und es sind Menschen gestorben, deswegen muss ich sagen, verstehe ich auch, dass das Viertel abgerissen wurde. Bei anderen Vierteln in Baku ist es bedauerlich, dass da Hochhäuser hinkommen, wo vorher wirklich wunderschöne alte Architektur stand. Bei dem Viertel ist es nachvollziehbar und ich würde auch sagen gerechtfertigt und die Bewohner haben halt auch eine Kompensation bekommen. Leider nicht so viel, wie sie wollten, weil sie wollten auch weiter in der Stadtmitte leben. Dieses Viertel, ob man das glaubt oder nicht, steht oder stand ganz zentral. Aber sie sind alle noch beisammen, gemeinsam in ein Vorort gezogen. Und ja, dieses Viertel sollte aber nicht Motiv eines Spielfilms sein. Das hat Aserbaidschan mir sehrfried zu verstehen gegeben. Und wir haben dann einen Produzenten gefunden, der gesagt hat, er kann das anders regeln. Wie er das genau meinte, hat er mir kurz vor Drehbeginn gesagt, dass er mit dem örtlichen Polizeichef eine Spende vereinbart hatte, die dann die Dreharbeiten unbeschadet vonstatten gehen lassen sollte. Aber wir haben nach einer Woche schon den ersten Besuch bekommen von der Bahnpolizei, die sich daran gestört haben, dass wir dieses Signal aufgebaut haben, was über Rot und Grün wurde. Und dann konnten wir eigentlich den Dreh gar nicht mehr in Ruhe weiter fortführen. Der Produzent musste aussteigen. Der hat dann vom Ministerium für Kultur eigentlich eine ultimative Aufforderung bekommen, uns nicht mehr sein Team, nicht mehr seine Kamera zur Verfügung zu stellen. Und wir haben den Film dann quasi wie politische Aktivisten im Morgengrauen fertiggestellt. Ihr seid nicht nach Georgien ausgewichen. Das war dann der zweite Teil des Drehs. Aber das, was wir in dem Viertel drehen mussten, das mussten wir in dem Viertel drehen. Aber dann hat Aserbaidschan immer mir so mit einem süffisanten Lächeln, also das Kulturministerium zu verstehen gegeben, dass ich den Film ja eh nicht fertigstellen kann, weil sie mir die Züge nicht geben. Und diese Züge werden am Kaspischen Meer mit Öl beladen und fahren zum Schwarzen Meer, also durch Georgien durch. Und in Georgien ist man sehr viel toleranter, was Kunst, Kultur betrifft, Meinungsfreiheit. Und dort wurde mir dann sehr früh schon das Signal gegeben, dass wenn ich dann in Aserbaidschan nicht weiterkomme, dass wir dort dann die Aufnahmen mit den Zügen dort drehen könnten. Das heißt, am Ende des Tages war den Autoritäten in Aserbaidschan gar nicht recht, dass dieser Film jetzt hier gezeigt werden konnte? Also ich hatte viel Angst. Wir sind tatsächlich nachts geflüchtet, als die Aufnahmen in dem Viertel fertig waren. Und ich musste aber nochmal nach Baku. Da hatte ich noch Equipment, ich hatte noch Papierkram zu erledigen. Und da hatte ich wirklich Angst, dass ich, als ich da eingereist bin, dass mir was passiert, weil ich habe Freunde Aserbaidschaner, die wegen wirklich geringeren Fehlverhalten im Gefängnis waren. Aber andererseits wusste ich, auch als deutscher Staatsbürger wird mir da nicht wirklich was passieren. Als der Film dann in Tokio lief, haben wir sogar eine Einladung bekommen. Und ich war im Januar in Baku und habe den Film vorstellen dürfen. Und nachdem mir die deutsche Botschafterin versichert hat, dass ich sowohl heil einreisen als auch heil ausreisen darf, oder sie mir das garantiert, dann bin ich auch da hingefahren. Und das war eine ganz, ganz tolle Vorführung, wo auch die Bewohner von Shanghai eingeladen wurden. Und als ich nach Deutschland zurückkam, rief die Botschafterin nochmal an und meinte, wir hätten den ersten Preis gewonnen. Also man hat seine Meinung so ein bisschen revidiert. Zwischenzeitlich versuche ich Aserbaidschaner davon zu überzeugen, dass das vielleicht der Beitrag sein könnte als bester fremdsprachiger Film. Das hat jetzt nicht das Problem, dass der Film keine Sprache hat, warum sie das nicht wollen, sondern wahrscheinlich, weil sie dann doch das nicht als Aserbaidschan-Bild ins Ausland transportiert haben möchten. Wenn wir jetzt schon bei der Sprache sind, das ist natürlich, du hast im Vorfeld gesagt, du hast mit Studenten eingeübt, Filme ohne Dialog zu drehen. Aber von deinen Langfilmen ist das jetzt der erste, der komplett ohne Dialog auskommt. Warum diese starke Beschränkung? Und es gibt ja schon auch manchmal sprachliche Äußerungen. Es ist ja nicht so, als wenn gar keine Sprache vorkäme. Gut und somit ist es mein zweiter Film, weil Tuvalu auch keinen Dialog hatte, den man untertiteln oder synchronisieren musste. Da gibt es zwar mehr Worte als jetzt hier im Lokführer, aber Tuvalu war eigentlich auch angedacht als Film ohne Worte und da habe ich, wie ähnlich in Usbek Express, wo ja der Lokführer am Schalter sagt, Samarkand First Class oder wo auch der Schaffner auf dem Bahnsteig irgendwas schreit, was man nicht untertiteln muss, mehr oder weniger auf Dialoge verzichtet. Im Lokführer gibt es auch zwei Worte, die habe ich im Synchron hinzugefügt und zwar einmal, wenn die Frau mit den Gänsen die Gänse scheucht, dann sagt sie immer Kisch, Kisch, Kisch. Das heißt auf Aserbaidschanisch Trennt, Trennt, Trennt. Und wenn die Krankenschwester den gehörenden Ehemännern sagt, dass da quasi der Mann wegrennt, dann sagt sie Gidit. Das klingt auch mehr wie so ein Kraftlaut, heißt aber auf Aserbaidschanisch, also fangt ihn oder holt ihn, schnappt ihn. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich dachte, vielleicht kann ich Aserbaidschan eines Jahres davon überzeugen, dass der Film dann als Beitrag für Aserbaidschan, als fremdsprachiger, bester fremdsprachiger Film ins Oscar rennen geht. Weil Deutschland wird sich sicherlich einen anderen Film auswählen. Gibt es nicht auch mal eine Situation, wo ein Name gerufen wird? Das kann sein, dass die Mutter, glaube ich, sagt zu ihrer Tochter, wenn der Ball ist, glaube ich, Leili. Ja, genau. Was fasziniert dich so? Aber das ist keine Sprache. Also da würde die Academy of Motion Picture Arts and Science schon diskutieren, ob das Sprache ist oder nicht ein Name. Aber die anderen Wörter, das könnte juristisch genug sein. Was fasziniert dich so am Drehen ohne Dialog, abgesehen davon, dass es diesen internationalen Cast, den du ja hast, also Denis Lavon aus Frankreich und andere aus anderen Ländern, dass das sehr einfach wird dadurch, dass man eben keine Filmsprache finden muss. Also vielleicht fasziniert mich erstmal, dass es so besonders schwer ist, eine Geschichte zu finden, die Geschichte in Bildern zu erzählen, sie dann auch mit geeigneten Schauspielern dafür zu finden und mit diesen Schauspielern das zu inszenieren, dann auch nachher die Tonspur attraktiv zu gestalten. Das sind alles Sachen, die besonders schwierig sind. Und das ist was Schönes, weil man ja leichte Sachen nicht so, wie soll ich sagen, die fordern mich nicht heraus, die langweilen, öden mich an. Und das ist erstmal eine spannende Sache. Aber dann, also es stecken viele Dinge. Sicherlich der Reiz mit Schauspielern aus dem ganzen Weltall zusammenzuarbeiten, aus dem ganzen Planeten Erde. Dann ist es sicherlich auch dieses, der Überdruss der Sprache in vielen Filmen, dass man heute manche Filme ja gar nicht mehr mit den Augen angucken muss, weil einem im Dialog alles schon erzählt wird. Und dann ist es aber auch dieser Charme, dass dieser Film, so wie er heute hier lief, schon in so vielen Ländern lief und noch in so vielen anderen Ländern laufen wird, ohne dass er synchronisiert oder untertitelt werden muss. Ich kann das mal beschreiben mit einem ganz extrem schlimmen Beispiel. Wenn man einen Film zeigt mit Dialog in Japan und danach kommt also ein schlauer Mensch, der japanischen Deutsch kann, das Erste, was er einem sagen wird, ist, die Untertitel waren schrecklich. Ja? Und dann sitzt man da, ich kann ja nicht alle Sprache, man will natürlich als Regisseur die totale Kontrolle behalten und man sitzt ja bis zur letzten Kinokopie in diesen Post-Production Studios und wirklich alles, jeden Titel und jede Mischung, man hat alles in der Hand. Und dann sagt einem jemand, also das Publikum heute, die konnten ja den Film gar nicht wirklich genießen, die haben ja eine ganz andere, die haben ja nur die Hälfte da richtig übersetzt. Und dann fühlt man sich sehr machtlos, weil ich kann ja nicht alle Sprachen lernen und dann alle Untertitelfassungen machen, indem der Film läuft. Und so weiß ich zumindest, ich habe eine gewisse Sicherheit, dass der Film, so wie ich ihn verstehen möchte, verstanden wird. Also das ist auch das Schöne, dass Visuelles vielleicht sich internationaler besser transportiert als Wortwitz. Wortwitz, das merken wir. Die erfolgreichsten deutschen Filme sind ja nicht meine Filme, sondern Komödien von Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer, die selten über die Landesgrenze hinauskommen. Meine Filme haben nur ein ganz bescheidenes Publikum, aber sie reisen sehr viel. Also der visuelle Witz, das war ja wahrscheinlich, wenn man nicht, da wissen jetzt hier die Leute aus dem Museum mehr als ich, aber Film war ja eine ganz internationale Kunst, bis der Dialog kam. Und es ist auch, das Komische lag erst mal außerhalb des Sprachlichen, also im Sprachlosen und dann wurde der Wortwitz erfunden im Film, als die Literatur vielleicht ein bisschen übermächtiger wurde. Also man kann sich natürlich auch vorstellen, dass eine tragische Geschichte ohne Worte erzählt wird, aber mehr Spaß macht es doch, wenn man eine Komödie macht. Obwohl Tuvalu halt fast schon burlesk war und für mich, immer noch ausstand, einen Film zu drehen, den ich jetzt gedreht habe, den ich ernsthafter drehen wollte. Also ich wollte, ich habe das anfangs als Tragödie mit Happy End bezeichnet und ich habe auch wirklich versucht, meine Schauspieler vom Spielen wegzubringen und wollte also ein viel naturalistischeres Spiel haben als in Tuvalu, wo es sehr überzeichnet war. Also es gibt hier sicherlich auch noch Momente, wo ich denke, ah, aber das ist dann den Schauspielern, wie soll ich sagen, auf deren Mist gewachsen, weil die mir nicht geglaubt haben manchmal, dass es so wenig braucht, um so viel zu erzählen. Aber burlesk ist es trotzdem. In Maßen, würde ich sagen. Natürlich gibt es Szenen, die vollkommen burlesk sind, wie im Brustkrebsvorsorgebus oder so. Aber ich hoffe, es gibt auch Szenen, also wünsche ich mir, dass die auch, dass es sehr viel poetische Szenen gibt. Das war zumindestens mein Anliegen. Das Burleske ist ja nicht zwangsläufig nicht ernst oder nicht poetisch. Das Burleske kann auch sehr poetisch sein. Ich habe den Film tatsächlich auch so gesehen, dass es die Geschichte eines Scheiterns ist, wo man sich über das Scheitern nicht mehr aufrecht oder ärgert oder sorgt. Naja gut, er findet nicht die Besitzerin des BHs, aber er findet ja was viel Schöneres. Also wenn man jetzt den deutschen Titel nimmt, dann scheitert er. Aber der deutsche Titel war auch nicht der Titel, mit dem ich den Film gemacht habe, sondern der Film. The Bra. The Bra und mein deutscher Verleiher ist aber der Überzeugung, dass desto länger ein Titel ist, desto erfolgreicher wird der Film. Kam also anfangs auf den Titel vom Lockführer, der die Liebe suchte und einen Büstenhalter fand. Da habe ich gesagt, das ist vollkommen bescheuert. Wenn du die ganzen Wörter da aufs Plakat machst, dann hast du am Ende eine Schrifthypo von 24 Punkt. Also haben wir uns geeinigt auf den Titel vom Lockführer, der die Liebe suchte, aber eigentlich sucht er ja das Glück, sage ich mal. Und das Glück findet er ja und vielleicht sogar viel schneller. Weil eigentlich, vielleicht um mal mit einer Szene anzufangen, jetzt sind wir ja hier unter uns, die mir vollkommen misslungen ist, das ist die Szene, wo er angeln geht. Und das Problem an dieser Szene war, dass in diesem Bergdorf die alten Männer so jung aussehen. Es sollte so aussehen, als angeln da fünf Großväter mit ihren Enkeln. Aber man sieht jetzt nur fünf Männer dort mit ihren Enkeln angeln, weil, oder mit Kindern angeln, weil diese Bergluft diese alten Männer so jung hält. Und ich hatte dann die Wahl, diese Szene zu verschieben und alte Männer aus Baku zu holen. Oder, das muss ich dann sagen, als Produzent habe ich dem nachgegeben, habe gesagt, ach, das wird sich schon ein bisschen verspielen, man erkennt das schon irgendwie. Aber es hat sich nicht verspielt und mein Team war sehr ungehalten im Bergdorf, weil es keine Duschen gab. Und die haben alle gesagt, wir würden gerne heute Abend wieder abreißen. Und dann habe ich so gedacht, oh, ist die erste Drehwoche, soll ich mir jetzt mit dem Team verscherzen und nachdrehen? Das wirkt schon immer so ein bisschen als Schwäche des Regisseurs. Das muss man dann ja auch so sagen. Ich hatte eigentlich diese Szene nicht richtig vorbereitet, weil ich mir die Komparsen vorher nicht einzeln angeguckt habe. Und am Drehort habe ich auch gedacht, Shirin, sie ist meine Assistentin, sind das wirklich die ältesten Männer hier aus dem Dorf? Und sie hat gesagt, ja. Und das jetzt, um den Film zu kommen, sollte ja suggerieren, dass er, sein Ziel war ja nicht eine Frau zu finden, sondern er wollte einen Enkelsohn haben oder einen Sohn, mit dem er angeln gehen konnte. Ja, also ich meine, das... Ach, das war sein Ziel. Würde ich jetzt sagen. Ja, also jetzt, ja. Also, oder er wollte einfach nur den BH zurückbringen, weil er so ein anständiger Lokomotivführer ist. Aber er hat ja die Frau, die den BH verloren hat oder auf die Wäscheleine gehängt hat, schon mal gesehen durch sein Fenster. Also es ist jetzt nicht so, dass er von dem BH auf die Brüste, auf die Frau zurückschließt und dann sagt, das ist meine große Liebe. Du meinst, als er mit dem Zug vorbeigefahren ist? Ja, ja. Ja, die haben wir dann auf Nachts verlegt, damit da nicht so der Gedanke kommt, oh, er weiß ja sofort, wer es ist und dann da am nächsten Tag klopft, sondern dass es so ein bisschen unklar ist in der Unschärfe, wo er da eigentlich vorbeigefahren ist. Was mir erst jetzt so beim Betrachten des Filmes klar wird, ist, dass der BH eigentlich seinen Charakter verändert. Eigentlich verändern ja die Figuren normalerweise den Charakter. Aber der BH ist anfangs für ihn wirklich nicht mehr wie ein Fußball von einem Kind. Er hat anfangs nichts weiter vor, als diesen BH, Pass Vega zurückzubringen, weil er denkt, das ist Pass Vega, weil die immer alles vergisst. Pass Vega, die Vergessliche, die auch das Betttuch am Anfang auf der Leine gelassen hat. Und erst als er in Rente geht und quasi merkt, wie einsam er ist und dass ihm was fehlt im Leben, verändert der BH diesen Charakter. Und der BH ist nicht mehr ein Kleidungsstück, sondern plötzlich ist dieser BH die Möglichkeit des Glücksbringers. Die wird aufgeladen mit dieser abstrusen Idee, dass wenn er die Besitzerin findet, dann hat er die Frau seiner Träume. Oder beziehungsweise, wie ich das jetzt mal so eben formuliert habe, bekommt er seinen Sohn, mit dem er da irgendwann mal angeln gehen kann. Und am Ende, als er quasi den Sohn bekommen hat, mit dem er angeln gehen kann, ist aus dem BH nichts weiter mehr. Da ist kein Zauber mehr, sondern das könnte auch ein Stück Socke sein. Aber der BH findet sein Gegenüber. Damit ist klar, wo die Besitzerin ist. Nein, auch das Glück des BHs ist sozusagen gesichert. Gut, das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob ein BH glücklicher ist, wenn er bei der Unterhose ist. Da müssen wir jetzt ein BH fragen, ob der BH wirklich die Unterhose braucht und ob ein BH nicht auch lieber mal bei einer anderen Unterhose ist, ja. Also ob BHs so monogam sind, das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Du hast gerade dein Team erwähnt, du hast ein ziemlich großes Team für diesen Film. Im Abspann zumindest, wirkt es so. Wie viele Leute wart ihr tatsächlich da? Ja, also das ist mir jetzt auch beim Abspann eben aufgefallen, dass das totales Missverständnis ist. Wir waren viel weniger, das Team hat sich sehr viel ausgetauscht, weil natürlich erst in der ersten Woche der Produzent ausgestiegen ist mit seinem Team und wir dann in Aserbaidschan ein neues Team auf die Beine stellen mussten. Dann gab es Team, die im Laufe der Zeit nicht mehr wollten. Also die, als die Polizei kam jeden Tag, hat mich ein Teil des deutschen Teams verlassen, die Angst hatten, dass sie da vielleicht verhaftet werden würden. Und dann sind wir ja alle nach Georgien gegangen. Also wenn da jetzt drei Standfotografen oder acht Beleuchter stehen, dann muss man das immer durch vier teilen. Also wir waren, das war eigentlich auch mein Wunsch, meistens acht Leute am Set. Aber es gab auch Tage, wo wir mehr waren, wenn viele Komparsen da waren oder Nachtdrehen, dann braucht man noch Zusatzbeleuchter. Aber mein Traum eigentlich von wirklich einem glücklichen Dreh ist, wenn man alle Menschen in einem Auto transportieren kann. Das spricht, man ist in der Lage, schnell mal den Drehort zu wechseln. Und ich bin auch kein Fan von Lastwagen voller Lichttechnik oder sowas. Der Cast ist ganz erstaunlich. Also angefangen mit Denis Lavant, den ich ganz großartig finde, immer schon. Schon seit die Liebenden von Porn Neuf und diesem großartigen Film Holy Motors in drei Tage von Quiberon spielt er leider nur eine ganz, ganz kleine Rolle. Auch Miki Manolowitsch aus den Emil Kostorica Filmen. Hast du die sehr handverlesend zusammengestellt, diese Schauspielergruppe? Oder hat sich das aus deiner Arbeit ergeben? Wie kam das zustande? Also mit den Geschichten könnte ich jetzt den ganzen Abend füllen. Miki Manolowitsch als Lokomotivführer war sehr früh klar. Er hat bei einem Film, den ich hier in Frankfurt gedreht habe, 2002, einen Nebendarsteller. Tor zum Himmel hieß der. Da hat er einen Schlepper gespielt, der Flüchtlinge am Frankfurter Flughafen ausbeutet. Und irgendwie habe ich es ihm, glaube ich, geschuldet, dass er mal eine Rolle spielt, die, wo er den Guten spielt. Und da muss ich auch sagen, dass er diese Rolle für mich wundervoll ausgefüllt hat, weil natürlich gab es Besorgnis bei Finanziers. Ist das denn nicht was Schlüpfriges, dass da ein Mann rumgeht und alle Frauen bittet, mal ein BH anzuprobieren? Ja, ist es ja. Ja, aber bei Miki, finde ich, hat es so was Unschuldiges. All das, was ich erzählt habe, dass er eigentlich interessiert ist, die Besitzerin zu finden, um ihr den BH wiederzugeben. Und diese andere Sache kommt ja erst später dazu und dann habe ich aber nicht das Gefühl, also ich kann es mal im Casting beschreiben. Das Casting war so, wenn ich Frauen gecastet habe, habe ich gesagt, lass den Typen nicht rein, was immer der an der Tür macht. Die wussten gar nicht, was da im Casting passiert. Ich habe nur gesagt, da klopft jemand, lass den nicht rein. Und den Männern, die ich da zur Hilfe hatte, denen habe ich gesagt, okay, du hast jetzt hier ein BH und du willst da rein. Und das war die Improvisation und ohne Dialog. Und das ging manchmal fünf oder zehn Minuten. Und bei Miki war das immer nach 20 Sekunden vorbei, weil die Frauen den immer reingelassen haben. Also wenn Miki dabei war, der hat sowas Entwaffnendes, dass dieser dramaturgische Vorwurf, der mir kam, Mann, keine Frau wird den reinlassen, das implodiert sofort mit ihm. Also das war, Miki war toll. Mit Miki, Miki hat mich auch nie im Stich gelassen, was ja bei dem Dreh, wo man da irgendwas Poetisches spielen soll und die Polizei klopft dann oder bricht das Dreh auch ab. Das war wirklich was Tolles, weil die Frauen waren nur alle eine Woche da. Und die Frauen, ja, da muss ich zu jeder Einzelne was sagen. Ich versuche mal nur zu den Spannenden, wo es, also die haben alle diese Improvisationen gemacht, immer die gleiche. Und dann habe ich mir überlegt, welche Rollen spielen die im Film. Also und dann habe ich noch gemacht, wie die tanzen und sich vorstellen, dass sie da vor so einem Millionenpublikum sind. Also diese Szene, die die Französin am Ende spielt. Die Schauspieler mochten das Buch auch gerne. Manche haben dann das Angebot ausgeschlagen, weil es ja nur eine Woche Dreh war. Und wenn zum Beispiel Adriana Ugarte dann auf einmal einen langen Spielfilm reinbekommt, dann sagt sie mir dann auch ab. Deni Lavant war gar nicht geplant. Also Deni Lavant ist dieser Nachfolger der Lokführer. Da wollte ich einen belgischen Sänger haben, es namens Stromai. Und für den war die Rolle geschrieben. Und der wollte mich nicht treffen. Ich habe jetzt vor einer Woche in Wikipedia gelesen, dass er zu dieser, zu diesem Zeitpunkt ein Kind bekommen hat. Nach, nein, kann ich das verstehen. Aber damals war ich entsetzt, weil ich hatte das für ihn geschrieben. Das mache ich sehr selten. Und er wollte mich nicht mal treffen. Ich wiederhole es nochmal. Wollte mich nicht treffen. Also er war ganz schrecklich. Und ich habe dann aus Protest keinen anderen Schauspieler besetzt. Und meine Casting-Direktoren sind verrückt geworden. Und meine Regieassistentin ist verrückt geworden. Und die hat gesagt, Veit, in einer Woche ist der erste Drehtag von dieser Rolle. Und die haben mir lauter Doubles geschickt. Lauter Fotos von Schauspielern aus der Welt, die aussehen wie Stromai. Oder die haben sich noch so geschminkt wie Stromai. Und ich habe gesagt, ich will den echten Stromai. Wie so ein Kind. Und dann war mir aber klar als Produzent zwei Tage vorher, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja. Und dann war mir aber klar, ich kann jetzt nicht so ein Pseudo, so ein Möchtegern Stromai nehmen. Sondern ich habe gedacht, was ist diese Rolle? Und diese Rolle war auf den Punkt gebracht, eigentlich Unordnung oder Anarchie. Also während Micky Manolowitsch ja fast schon so ein preußischer Lokführer ist, der sogar nach Feierabend noch die Fundstücke den Leuten an der Bahnstrecke ohne Extrabezahlung zurückgibt. Übrigens sehr ähnlich zu dem Kind, der ja eigentlich auch nur Bedienung im Teehaus ist und quasi mit der Pfeife rumrennt. Also da gibt es eine Verbindung. So sollte Denis Lavon sowas, ja, ihm ist eigentlich alles scheißegal. Ich mache meins auf meine Art. Also diese Rolle, guck, jetzt sage ich Denis Lavon. Also das war mir dann klar, das könnte Denis Lavon spielen. Obwohl der ja ganz anders ist als Stromai. Und ich musste die Rolle auch total verändern. Also bei Stromai gab es viel mehr physische Tanzsachen. Das ist der von Hollande und Danze. Ja, ja, Formidable. Also Formidable war für mich diese Sternstunde, wo ich dachte, diesen Menschen muss ich, ich muss ihn entdecken und ich werde ihn, ich werde ihn zum Filmstar bringen machen. Aber gut, er hat mir diese Chance nicht gegeben. Und ja, und dann haben wir diesen Waggon entdeckt. Ja, dieser Waggon, es gab nicht, nichts von Denis Lavons Rolle steht im Drehbuch. Nicht, dass er Musik macht, nicht, dass er da, das war nicht da drin, sondern das haben Denis Lavon und ich uns quasi überlegt. Und Denis Lavon ist so ein Verrückter, der ist permanent in seinem Charakter. Und als wir mit diesem Zug dann innen gedreht haben und alle ausgestiegen sind und schnell, wir hatten zwei Minuten Zeit, unser Equipment da rauszubringen, weil dieser Ölzug musste weiterfahren. Ich bin jetzt in Georgien, wie man merkt. Dann kommt Denis und sagt, komm mit, komm mit, komm mit. Ich sag, nee, wir müssen noch die Kisten raus. Ja, komm mit, komm mit. Ich bin mit ihm mitgegangen und dann hat er mir gezeigt, wie so ein Mann da immer, ding, 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 ding. Der hat gesagt, das möchte ich auch machen. Okay, machen wir das. Darf ich die Kisten wieder rausräumen? Und so ist er, der ist so, der ist so, der ist, der ist, also wie soll ich sagen, ein Besessener. Und es ist immer schön, als Regisseur mit besessenen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Aber zwei Tage vorher, sagst du, hast du ihn erst gecastet, dann hast du... Ich hab ihn nicht gecastet, ich hab ihn eingeladen. Du kanntest ihn. Und er hat bei Tuvalu die Hauptrolle gespielt. Und Shulpan Hamatov war übrigens die weibliche Hauptrolle. Und das war dann irgendwie so eine Schönheit für mich, die ich anfangs nie gedacht hab. Aber es diese beiden Stars... Shulpan war damals noch kein Star, jetzt riesenrussischer Star. Also Shulpan Shachamatov ist die Weichenstellerin. Dass die beiden jetzt in meinem Film in einer kleineren Rolle wieder zusammenkommen, dass ich so quasi mir eine kleine Hommage an meinen eigenen Debütfilm da noch rein verstecke. Und die Szene, wo er den BH anzieht, hat er die erfunden oder du? Oh, das glaube ich, kommt sogar noch von Stromae. Wo er den Öl... Na, wo er den... Ja, das ist noch das Überbleibsel. Aber das ist... Sowas gab's dann ganz oft mit Stromae. Weil das ist ja so sein Charakter, ne? Ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin Frau. Ähm, ja. Aber da hab ich schon gemerkt, da sind die Limits von Daniel Avant. Daniel Avant ist einfach so maskulin. Der konnte das Weib... Das Weibliche ist bei ihm halt lustig. Und bei Stromae ist es halt sexy. Die Verbindung zwischen dem kleinen Jungen und dem Lokomotivführer, die übrigens, wenn man über den Film liest, haben die Namen plötzlich im Abspann nicht. Aber wenn man drüber liest in der Synopsis, heißt der Lokomotivführer Nurlan und der kleine junge Assis? Na gut, man schreibt ein Drehbuch. Und wenn man Schauspieler... Wenn man da schreibt kleiner Junge... Okay, bei einem Kind ist es egal. Die freuen sich je, wenn sie mitspielen dürfen. Aber so ein Star sagt, du bist der Lokführer und du bist die Vergessliche. Dann ist das... Dann denken die, die spielen eine kleine Rolle. Also gibt man den richtigen Namen. Auch wenn... Und dann später beim Abspann dachte ich, das macht jetzt hier überhaupt keinen Sinn. Da erkennt ja keiner die Schauspieler wieder. Also hab ich dann das geändert. Aber dieses Presseheft, auf das du dich beziehst, ist wahrscheinlich noch vor Herstellung des Abspanns entstanden. Also was ich aber eigentlich fragen wollte, ist die Parallele oder es gibt eine viel stärkere Parallele zwischen den beiden. Nämlich, dass sie beides Hoffnungsträger und tragische Figuren sind. Also der kleine Junge sozusagen spiegelt das, was dem Lokomotivführer zustößt. Nämlich der Hass und die Eifersucht der ganzen männlichen Bevölkerung. Und er verliert seinen Job und muss gehen und so. Und sie finden sich dann am Ende miteinander wieder im Glück. Also der Junge wird ja quasi auch gefeuert, weil er da dem Lokführer geholfen hat. Also ist ja... Der opfert ja alles. Also ich meine, das ist ja... Es gab auch mal ein anderes Ende, was überhaupt nicht so gut war. Ich versuche mal, ob ich das zusammenkriege. Das ist nur ein bisschen von der Umstellung anders. Nämlich, dass der im Brustkrebsvorsorgebus die Frau nicht findet. Dann verabschiedet er sich. Er geht alleine, der Lokführer, findet die Unterhose, wartet. Also klopft keiner da, wartet. Dann kommt die Weichenstellerin. Die beiden gucken sich an. Von weit weg. Sie umarmen sich. Dann kommt der Ehemann, sieht das, schreit und rennt. Er rennt weg. Alle Männer verfolgen ihn, verprügeln ihn, ketten ihn fest und dann wieder wie jetzt. Der Junge kommt, rettet ihn und er geht mit dem Jungen weg. Das war das Ende vorher. Und das war aber eigentlich viel schwächer, weil er hat die Frau nicht gekriegt und nimmt den Jungen und geht ins Dorf quasi. Und es ist ja eigentlich so, dann stärker... Du sagst, ich will nicht mehr. Naja, aber auch, ich brauche die Frau nicht mehr, weil ich habe hier mein Glück anders gefunden. Ja. Ähm... Ich hoffe... Das war sozusagen, dass der Junge nicht sozusagen das Trostplatz ist, sondern einfach sagt, ich will. Also der Junge ist ja... Wir hatten es ja vorhin vor dem Märchen. Es gibt keine Fähigen, keine Trolle, aber dieser Junge hat ja übermenschliche Kräfte. Also nicht nur, dass er innerhalb von Sekunden die Kette durchsägen kann, sondern er kann auch vor dem Zug herlaufen. Naja, der Zug ist gar nicht so schnell. Das tatsächlich ist möglich. Und ich glaube auch, die Kette war auch nicht so dick. Also... Und die Eisensägen... Also in jedem Haushalt da gibt es eine Eisensäge, ja. Und der Junge kennt das Vierteljahr gut. Also... Nein, aber das ist ja auch gar kein... Ich finde das ja ganz schön, dass dieser Junge... Also da ist eine Überzeichnung, das ist... Gut, it's a movie, sage ich dann. Es ist kein Märchen, it's just a movie. Aber der Junge hat auch eine... Der hat ja auch eine märchenhafte Präsenz. Also allein durch seinen Schalk im Gesicht, dass er als Junge kein Wort sagt, das ist auch eher was, was ihn entrückt. Und dass er dann vor diesem Zug herläuft, ich glaube auch, das ist eine Erfindung oder gab es das tatsächlich? Nee, der Zug ist so laut und der pfeift da, dass das eine Erfindung war. Aber zu dem Jungen möchte ich über den echten Jungen kurz sprechen, weil der echte Junge war ganz wichtig von seinem Dreh und zwar nicht nur, weil er so ein toller Schauspieler war, sondern weil er aus dem Viertel kam. Das heißt, dieses Viertel war sehr misstrauisch. Ja, vor allem wenn wir Szenen gedreht haben, wo lauter BHs vor dem Haus hingen, dachten die, wir drehen da drinnen Szenen, wo lauter Frauen ohne BHs vor der Kamera sind. Und der Vater dieses Jungen, der in dem Viertel eine gewisse Machtposition hatte oder so eine gewisse, ja, der wurde geschätzt. Der hat dann den Leuten in dem Viertel gesagt, hört mal zu, die machen Kunst und das ist kein Porno. Und somit war das sehr gut, dass wir da so einen Rückhalt hatten. Und wenn die Polizei kam, dann hatten die uns innerhalb von zwei Minuten Bescheid, also wir wussten immer vorher, bevor die Polizei kam, dass die Polizei kommt. Zum Teil haben wir uns versteckt und haben weiter gedreht. Zum Teil hat die Polizei aber auch gewartet. Dann mussten wir einfach irgendwo über Hinterhöfe weg. Und die haben den Film richtig gefeiert mit dem Jungen jetzt in Baku. Also die sind richtig stolz drauf auf den Film. Also der Junge war toll. Wir hatten vorher andere Jungs ausprobiert aus Baku, die so da schon in Film und Werbespots und Fernsehen gespielt haben. Und die haben alle immer gelächelt. Und das war natürlich vollkommen der falsche Ausdruck für diesen Charakter. Deswegen habe ich gesagt, lasst uns doch in dem Viertel casten. Und dann haben die da, also da hat sich da auch innerhalb von 20 Minuten rumgesprochen. Da waren da 200 alle kleinen Kinder. Und der Älteste, der am Ende den Nachfolger spielt, der Blonde, der hat den anderen Kindern gesagt, geht alle nach Hause, ich hab die Rolle. Und meine Assistentin, die noch vorbereitet hat, guckte dann, da war nur der eine Junge noch. Und sie sagt, wo sind denn die ganzen anderen Kinder? Und so, die wollten nicht mehr, hat er gesagt. Und dann musste er sich ganz hinten anstellen. Da haben wir gesagt, okay, hör mal zu, ja. Die kommen jetzt ganz schnell und du bist ganz hinten. Aber er war halt auch gut. Er hat auch eine Rolle gekriegt. Also ich hab leider zu dem Film nicht so viel Information über die Dreharbeiten gefunden. Zu einem anderen, Absurdistan allerdings, da von wegen Aufwand, da wurde eine halbfertige Bauruine fertiggestellt. 2000 Kandidaten kamen zu Probeaufnahmen. In 18 Ländern hast du für Absurdistan nach Schauplätzen gesucht. Nee, Schauspiel. Und die Darsteller stammten aus über einem Dutzend Länder. Dann haben sich irgendwie 17 Paare gebildet und zwei davon haben auch noch geheiratet. Also diese Beschreibung der Dreharbeiten ist fast schon wieder ein Spielfilm wert. War das diesmal genauso? Also das Making-of von dem Film unter gewissen Gesichtspunkten ist erfolgreicher als der Spielfilm. Ich hab mit dem Spielfilm hier, wir hatten die Weltpremiere in Tokio gemacht. So ist auch ein A-Festival, aber es gehört halt nicht zu den drei Großen. Der Dokumentarfilm, der über diesen Dreh gemacht wurde, der wurde eingeladen für den Wettbewerb in Amsterdam. Und Amsterdam ist, was Dokumentarfilm betrifft, das kann. Also ja, natürlich war das hier ein Irrsinn, aber es hängt natürlich auch vor allen Dingen mit dieser Oppression von der Polizei zusammen. Und dass wir dann abgehauen sind. Aber ich hab nicht in so vielen Ländern gecastet. Motive gesucht natürlich überhaupt nicht, weil ich wusste sofort, das drehe ich in Aserbaidschan. Bei Absurdistan wollte ich damals einen Rekord brechen. Hab, glaube ich, in 24 Ländern gecastet. Und aus 16 Ländern kamen die Schauspieler. Hier hab ich mich auf... Jetzt weiß ich, wo ich die besten Schauspieler herkriege. Ich hab hier in 10 Ländern gecastet. Und ich glaube, aus 8 Ländern kamen die Schauspieler. Aber das... Also ich mag gerne reisen. Und ich mag gerne reisen, wenn ich Filme herstelle. Und das Schöne ist ja auch, was an meinem Beruf total attraktiv ist, dass ich, wenn der Film fertig ist, gerade wenn ich Filme ohne Dialoge mache, dass ich dann mit den Filmen auch viel reisen kann. Auf Festivals. Nächste Woche bin ich zum Beispiel zwei Tage in Peking, wo ich noch nie war in meinem Leben. Und da freu ich mich ganz doll. Wie ein Kind. Der, äh... Der Dokumentarfilm dazu, der kommt auch bei uns in die Kinos? Ja, der ist 35 Minuten. Das wird... In die Kinos wird das schwer haben. Da er... Die Regisseurin hat mich gebeten, da er noch auf Festivals läuft, dass ich ihn noch nicht zeige. Ich wollte ihn... Ich wollte ihn eigentlich meinen Sendern anbieten. Bei Absurdistan lief damals das Making-of im Fernsehen. Aber die ARD ist... Tut sich sehr schwer, ihre eigenen Produktionen zu bewerben. Also meine Sender, die hier dabei sind, denen ich ja den... Denen die Herstellung des Filmes verdanke, ähm... Aber denen sage ich auch ganz offen ins Gesicht, was ihr macht, ist grausam, ja. Also ihr helft mir gar nicht, wenn der Film rauskommt. Ähm... Wenn ein privater Sender einen Film unterstützt, dann sind alle Schauspieler im Morgenfernsehen, dann schalten die Werbespots, äh... Da kriegt man richtig Unterstützung. Hier ist es teilweise umgedreht. Also, ähm... Der HR macht einen Radiobeitrag, äh... Über meinen Film. Der NDR, der bei dem Film beteiligt war, hat über meinen Film nichts gemacht. Da sagen die Redakteure, also wir müssen doch nichts machen, nur weil wir an dem Film beteiligt sind. Ähm... Nein, müsst ihr nicht. Aber ihr könnt es vielleicht. Es ist ja nicht was Schlimmes, für das ihr euch schämen müsst. Es ist ja nicht jetzt ein Film. Aber dann fühlen sich manche Menschen, äh... Beim Sender so, als wären sie Erfüllungshilfen der Spielfilmabteilung. Also, es ist sehr, sehr schwierig, ähm... Manchmal, ähm... Da Promotion zu machen. Und dieses Making-of, weiß ich noch nicht, wie das ausgewertet wird. Natürlich kommt es auf die DVD drauf. Wer überhaupt noch weiß nicht, ob das... Doch, DVDs angeblich werden in Deutschland noch verkauft. Mehr als in anderen Ländern. Die Eltern, die Leute kennen das noch, ja. Aber, ähm... Ja, vielleicht dann irgendwann mal online. Du hast große Teile von diesem Film oder ganz auf Film gedreht. Das ist ja auch wichtig. Äh, ist das nicht aufwendig? Kann man nicht irgendwie auch mit so einem kleinen Kamerachen besser drehen? Vor allen Dingen, wenn man vor der Polizei, äh... Wo hast du das her, als ich auf Film gedreht habe? Am Ende steht Ari darunter? Nee. Doch? Nee? Nee. Also, ich hab nicht auf Film gedreht. Ah ja, okay. Warum lachst du? Weil ich mich die ganze Zeit über die Kratzer und die Unschärfen wohnen. Ja. Das hat ein Künstler gemacht. Also, ich hab so einen Künstler, ein WFX-Artist, der hat Jahre für mich gearbeitet, alle Kratzer rauszumachen. Das macht er so rein. Und den Bildstand immer zu korrigieren und alles perfekt zu machen, solange ich auf Film gedreht hab. Und jetzt war es sehr traurig, als er gehört hat, ich drehe digital. Dann meinte ich, nee, 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 ich brauch dich. Du musst alle Kratzer, die du rausgemacht hast, jetzt wieder reinmachen. Aber das sag ich auch normalerweise keinem, weil ich freu mich ja. Also, der Festivalleiter in Tokio war richtig entsetzt, als er das gehört hat, weil er auch dem Publikum halt gesagt hat, heute sehen sie nochmal einen Film auf Film gedreht. Ich muss dazu sagen, wenn ich heute einen Film auf Film drehe, dann würde das nicht so aussehen. Das sieht perfekt aus. Die Amerikaner drehen ja zum Teil noch auf Film. Steven Spielberg macht das. Das sieht aus wie digital. Also, das macht keinen Unterschied mehr. Also, man muss... Ich wollte ja auch nicht, dass der Film aussieht wie auf Film gedreht, sondern ich wollte, dass er aussieht wie auf Film gedreht und als ob er schon drei Monate im Kino gelaufen ist. Also, quasi das sozusagen, diese ganze Zauber. Und als wäre die Kopie eigentlich 50 Jahre alt und hat, da gibt's also... Ja, und dann gibt's aber auch noch so einen Pumpen. Also, das Licht wird manchmal... Das ist eigentlich eine Kamera, die es nur noch hier oben gibt, die sowas macht. Wir haben mit Wim Wenders bei der Filmhochschule mal einen Film gedreht. Das sollte so aussehen wie 1895. Die Brüder Skleidonowski haben mit so einer Handkurbelkamera den ersten Film gedreht. Den haben wir nochmal gedreht. Und dann haben wir mit einer Kamera... Die älteste Kurbelkamera, die wir gefunden haben, war von 1920. Und wir waren entsetzt, weil das Bild war perfekt. Das stand wie eine Eins. Das hat nicht gewackelt. Das wurde nicht heller und dunkel. Und dann haben wir damals auch schon... Das war noch viel schlimmer damals, weil es gab noch keine Computer. Wir haben das damals also... Abgewedelt. Ja, naja, wir haben das mit optischen Mitteln gemacht. An so einer Oxberry. Und das ist ein wahnsinnig teurer Trikopierprozess gewesen. Und Wim Wenders war Professor an der Filmhochschule München. Und die Filmhochschule München hatte da kein Geld für. Und ich hatte mit meinem Kurzfilm Surprise-Geld bekommen. Preisgelder, die habe ich dann damals investiert. Und so bin ich Co-Produzent eines Wim Wenders-Films geworden. Das ist übrigens der Film, den ich Ihnen allen sehr ans Herz legen möchte. Surprise einmal bei YouTube eingeben. Mein Name noch, glaube ich. Dauert sechs Minuten oder acht oder so. Wirklich großartig. Das reicht. Der Film reicht. Man findet es sofort. Ich glaube, da kommen erstmal ein paar andere Überraschungen, wenn man Surprise eingebt. Aber lieber sicher geht nochmal... Also alles, was unter Surprise bei YouTube erscheint, ist nicht von mir. So, die letzte Frage von mir, dann sind Sie dran. Dann ist also, wenn es digital gedreht ist, ist auch dieser Überlandflug eine ganz simple kleine Plastikdrohne. Oder war das im Flugzeug? Nee, nee, ist Drohne. Ja. Okay. Aber nicht nur eine 4K-Drohne. Immerhin, immerhin, genau. Also, wenn Sie noch Fragen an Veith Helmer haben, bitte. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Ja. Ich würde einfach mal interessieren, wie lange haben Sie an dem Film gearbeitet? Von der ersten Idee bis zum letzten Dreh oder zur letzten Bearbeitung? Wie lange? Ich habe gar keine Vorstellung. Das würde mich aber sehr interessieren. Ja, ich glaube, ich habe 2014 von dem Viertel gehört und hatte sofort das Gerüst der Geschichte, außer die Begegnung mit den Frauen. Das war mir nicht klar. Ich wusste, er findet den BH, probiert das bei allen Frauen aus, wird am Ende verprügelt, geht mit dem Jungen weg. Das hatte ich als Gerüst. Bin dann in das Viertel gefahren, habe erfahren, uh, das wird bald abgerissen, habe sofort die Partner angerufen, die mich jeher unterstützt haben. Medienbord Berlin-Brandenburg, Arte. Und alle, die mich bislang unterstützt haben, haben Nein gesagt. Und dann habe ich das Buch geschrieben mit einer Autorin zusammen. Das hat ein Jahr gedauert. Dann habe ich weitere Absagen bekommen. Dann habe ich das Casting angefangen. Habe einfach so getan, als hätte ich das Geld. Habe das Casting angefangen. Und habe dann zum Glück mit meinem Kinderfilm Preisgelder bekommen, die einen Sockel gebildet haben, mit dem ich mich entschieden hatte dann, als ich wieder gehört habe, jetzt wird es abgerissen, dass ich 2017 da hingefahren bin. Und dann habe ich gesagt, wir drehen jetzt. Und das hat ein Momentum kreiert, dass gewisse Finanziers dann irgendwie unruhig wurden, ob sie dann nicht doch die falsche Entscheidung gefällt hatten. Und ich habe noch gewisse Förderungen bekommen und auch die ARD im namentlich SR, NDR und SWR haben dann ein bisschen Geld dazu beigesteuert. Und wir haben 2017 gedreht. Ein Dreh dauert bei mir ein bisschen länger als normal. Ich habe 50 Tage gedreht. So 30 sind normal. Ein Tatort wird auch schon mal in 20 Tagen gedreht. Hängt aber auch hiermit zusammen, dass einfach auch manche Drehtage keine Drehtage waren. Also wenn die Polizei mittags kam und dann schon der Motor aus war, der Generator aus war, dann gab es auch manchmal nur Drehtage, die drei, vier Stunden lang waren. Aber dann habe ich ein Jahr für die Postproduktion gebraucht. Also gerade die Tonbearbeitung bei so einem Film ohne Dialog ist extrem aufwendig, weil nichts da ist. Bei Dialog kann man sagen, okay, da legt man ein paar Atmos drunter, ein bisschen Musik drauf, dann ist die Tonspur fertig. Hier war die Tonbearbeitung also eine sehr, sehr aufwendige. Und wir wurden eigentlich erst Ende letzten Jahres fertig und sind dann, wie gesagt, wurde schon nach Hof, dann nach Tokio gegangen und Kinostart war jetzt am 6. März. Und ich bin jetzt wahrscheinlich ein Jahr mit dem Film auf Reisen. Also kann man so sagen, ja. Und dann überlappt das aber hoffentlich. Also ich habe, während ich den Kinderfilm noch auf Festivals gezeigt habe, schon angefangen mit der Vorbereitung. Und jetzt überlege ich mir natürlich schon, während ich jetzt meinen Film promote, Ideen für meinen nächsten Film. War die Musik von Anfang an genau so vorgesehen oder haben Sie das, wie nennt man das, drauf gelagert, überspielt oder was? Also die Musik spielt ja, die Musik spielt ja auch eine große Rolle. Also vielen Dank, dass Sie die Musik ansprechen. Musik ist für mich was Wichtiges, egal ob ich Film mit Dialog oder ohne mache, natürlich hier vielleicht doch besonders wichtig. Mit dem Komponisten Cyril Morand wollte ich schon seit drei oder vier Filmen, also bestimmt über zehn Jahre zusammenarbeiten. Und er hatte nie Zeit gehabt für mich. Also entdeckt habe ich ihn bei zwei Filmen, der eine heißt Die syrische Braut von Eran Riklis und der andere Film war Samsara von Panalin, die ganz unterschiedlich sind. Aber dieser Mensch, der kann was, was andere Komponisten selten können. Er kann sozusagen Hintergrundmusik machen und er kann, was wir Score nennen, und er kann Songs machen. Also quasi Ohrwürmer, wie jetzt hier im Abspann oder so. Und diesmal wollte ich ihn einfach haben. Und als ich noch nicht mal das Geld hatte, habe ich den angerufen und habe gesagt, ich möchte, dass du dir 2018, dass du dir da Zeit nimmst. Ja? Und ich komme diesmal. Und das hat dann zum Glück auch geklappt. Also ich war natürlich ein bisschen Hochstapler. Er hat sich Zeit genommen und ich habe ihm die Zeit dann aber auch ausgefüllt. Und wir haben aber sehr schnell festgestellt, dafür, wofür ich ihn genommen habe, dafür brauchte ich ihn nicht. Nämlich, nochmal, syrische Braut spielt im Nahen Osten und er hat so ein bisschen, teils so ein Score gemacht mit Nahostmusik. Panalin Samsara spielt in Indien und er hat sich sehr viel mit indischer Musik beschäftigt. Das hat hier nicht gepasst. Der Film hat so viel, sag ich mal, ungewöhnliche Bilder, dass wir sehr schnell gemerkt haben, was Musik ist leider oft so ein bisschen so ein Instrument, mit dem man nochmal am allerletzten Moment was ausgleichen kann. Und wir haben gedacht, was wir hier noch verstärken können mit der Musik, was vielleicht ein bisschen fehlt, ist die Einsamkeit des Lokomotivführers. Und diese Musik ist ja eigentlich mehr ein traditioneller Score, also ich sag mal so mit Orchester, auch wenn das Orchester sehr minimalistisch eingesetzt wurde, Klavier ist oft im Vordergrund. Und das hat sehr gut gepasst, was er da gemacht hat. Und dann, was er nicht so gut hingekriegt hat oder ihn auch nicht so interessiert hat, weil er gesagt hat, das ist nicht seine Arbeit, das war, wo ich aber anderer Meinung war, das ist die Musik von Denis Lavon in diesem Waggon und am Ende mit der Lokomotive. Da hat er gesagt, das ist Sounddesign. Da habe ich aber noch einen Komponisten hinzugeholt und das ist FM Einheit von den Einstürzen Neubauten. Und der hat dann aufbauend auf das Sounddesign dieses Lied komponiert. Und dann habe ich tatsächlich aber noch alte Schlager, die man da am Ende sieht, lizenziert. Die laufen im Hintergrund bei den Frauen. Da ging es einfach nur auch so ein bisschen die Stimmung in den Häusern. Also diese singenden Frauen so im Vorbeifahren. Ah, eigentlich besteht die Musik aus vier Elementen, weil die Frauen ist nochmal eine extra Geschichte, die aber auch sehr interessant ist, weil diese Szene war nicht vorgesehen. Die war bis zum letzten Drehtag überhaupt nicht geplant. Und am Vorabend des letzten Drehtags waren wir am Hafen. Der letzte Drehtag war am Hafen, wo die da singen. Und wir waren im Hotel abends und waren eigentlich sehr traurig, weil wir wussten, es gibt kein Abschiedsparty, weil alle würden am nächsten Tag abreisen. Und wir saßen an dieser Hotelbar und an allen Tischen saßen komische Frauengruppen, die dann anfingen zu singen. Und meine georgische Produzentin meinte, ja hier in Putisgrad ein Gesangswettbewerb, ein Festival. Und diese Frauen waren irgendwann weg, nur diese vier Frauen waren da und die haben nicht aufgehört zu singen. Und Micky ist dann da rübergegangen und kam nach zehn Minuten wieder und meinte, Veit, die spielen morgen mit. Er hat gesagt, ja toll Micky, was machen die? Ja, die singen. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und die Frauen waren weg und kamen auf einmal in Megrelischen, also es sind nicht nur Georgierinnen, es sind Megrelier, also ein Tal in Georgien, und was sich noch besonders einzigartig empfindet. Und die haben auch ganz eigenartige Trachten. Und mit denen kamen die dann da in die Hotelbar. Und ich habe gesagt, das geht gar nicht, das passt überhaupt nicht. Und dann habe ich zu meiner Assistentin gesagt, die hat mir gesagt, Veit, du musst die nehmen, bitte, bitte. Ich habe gesagt, wenn du mir bis morgen früh um sieben Uhr vier Putzfrauenuniformen suchst, wenn du die findest, dann können die mitspielen. Dann haben die erstmal wieder eine halbe Stunde diskutiert, ob sie denn überhaupt in Putzfrauenkostüm auftreten möchten. Und als sie dann einverstanden waren, dann haben wir das ausprobiert. Und ja, ich muss jetzt auch sagen, entgegen aller meiner Prophezeiung war ich dann sehr glücklich mit dem Resultat. Also die Poesie des Filmes wird durch die Musik so unterstrichen, also ohne die Musik wäre der Film auch nur halb so wirkungsvoll, meines Erachtens. Obwohl ich versucht habe, die Musik doch sehr minimalistisch oder reduziert einzusetzen. Ja, also der Film hat vielleicht halb so viel Musik, wie heutzutage Fernsehspieler haben. Heute ist ja oft so, Film fängt an, Musik fängt an. Film hört auf, Musik hört auf. Und ich finde diese Musiken, die Momente der Abwesenheit der Musik so wichtig. Und ich finde, wenn Musik einsetzt, das sind so die starken Momente für mich. Also in Cue Points nennen wir das. Und auch wo Musik aufhört. Musik ist stark, aber auch Einsatz von Musik. Und wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, wir haben so einen Witz gemacht. Und zwar mit den Songs. Die Songs hören immer alle abrupt auf, mit Logik oder ohne. Okay, bei der Tänzerin macht er die Musik aus. Bei dem BH, der platzt, da hört die Musik so auf, als wäre irgendwas von dem BH gegen den Plattenspieler gegangen. Und so haben wir uns da oft, dass die Musik so, bei Passweger hört die auch auf, ohne Grund einfach. Also bei den Frauen ist es immer so ein bisschen cozy, mit dieser schönen, landestypischen Musik. Aber in dem Moment, wo der BH nicht passt, ist die Musik vorbei. Ich habe noch eine Frage. Wenn Sie doch im Moment Ihren Film in den anderen Ländern vorstellen, beziehungsweise wie funktioniert das? Müssen Sie sich bewerben oder kommen die anderen Länder auf Sie zu? Wow, das ist jetzt, am Anfang natürlich muss man selber, obwohl es auch Festivals gibt, die kommen auf einen zu, die hören schon. Also man macht ja schon ein bisschen PR während dem Dreh. Dann gibt es so Fachzeitschriften wie Screen International, die zeigen schon mal ein Foto. Oh, Veit Helmer dreht mit Passweger in Aserbaidschan. Dann ist man schon mal auf dem Radar von den paar Festivals, die sozusagen meinen, sie müssen jetzt immer die Weltpremieren haben. Und dann wird man auch mal eingeladen, den Film einzureichen. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Festivals, da muss man Geld zahlen, damit die sich den Film anschauen. Ich glaube, sogar alle Festivals in Amerika funktionieren überhaupt so. Die haben ja keine staatliche Unterstützung, dass man dort Geld für die Einreichung zahlt. Das heißt, die haben 5.000 Zusendungen und wählen am Ende 100 aus. Das heißt, 4.900 Filmemacher haben da 50 Dollar umsonst gezahlt, nur damit der Film überhaupt mal angeschaut wird. Also da mache ich nicht mit. Also wir, das muss ich auch mal so erzählen. Es ist sogar zwischenzeitlich so, dass Festivals eine Einnahmequelle sind für mich. Also früher gab es noch überall Kunstkinos auf der Welt. Und ich konnte meine Filme nach Portugal verkaufen oder in Länder wie Rumänien oder Bulgarien. Da gibt es keine Arthouse-Kinos mehr und es gibt auch keine Arthouse-Verleiher mehr. Aber es gibt Festivals, die quasi diese Funktion übernommen haben. Die finden dann gleich in mehreren Städten statt. Die haben da alternative Spielstätten. Und dann sage ich den Jungs, wenn ihr da 20 Vorstellungen macht von meinem Film, dann kriegt ihr den Film aber auch nicht umsonst. Also eine normale Fest, ich kann auch Zahlen nennen, so 800 Euro ist jetzt mal so eine Hausnummer für drei Vorstellungen. Und wenn die dann aber mehr wollen, dann kann man das auch bei einem Spielfilm erhöhen. Beim Dokumentarfilm wäre es ein bisschen weniger. Bei einem Kurzfilm ist es meistens leider nichts. Ich bin zum Beispiel seit neun Jahren jedes Jahr in Goa auf dem Internationalen Indischen Filmfestival. Die Filme, die dort gezeigt werden, wie funktioniert das? Also der Film lief in Goa. Der lief in Goa? Der lief letztes Jahr in Goa, war super, nach Tokio. Während des Filmfestivals? Während des Filmfestivals, ja. Also die haben ein Kino mit 700 Plätzen gehabt, es waren 1000 Leute da. 300 Leute mit Karten, kamen irgendwie nicht rein, die Polizei kam. Die Leute haben schon geschrien, bevor der Film anfing. Es war super. Also hier bei der Kinotournee in Deutschland war das Durchschnittsalter, sag ich mal, 50. In Goa war es Durchschnittsalter 25. Ach was. 2018. Ja, ja. Wenn ich mal was erzähle, was überhaupt nicht jetzt über Goa nur, für das Festivals. In Goa steht das Publikum auf vor jedem Film und singt die Nationalhymne. Das ist ein Muss. Ah. Auch lustig, ja? Ja, das ist schlimm, finde ich. Nee, ich war da mit einer der Schauspielerinnen da und wir haben auch gleich irgendeinen Preis bekommen, aber den kriegt da jeder, der da hinfährt. Aber trotzdem haben wir uns sehr geehrt gefühlt und die haben auch eine Screening-Fee bezahlt. Also auch die Inder, ja, müssen Geld zahlen. Hatten die Sie eingeladen oder wie ist es entstanden? Also ich nehme an, dass wir den eingereicht haben, aber die haben uns dann eingeladen. Das ist ja toll. Glückwunsch. Also die zahlen ein, ich kann Ihnen aber auch genau sagen, meistens laden die eine Person ein und ich frage dann manchmal das Goethe-Institut noch, ob die noch mich ein bisschen unterstützen, dann kann ich manchmal noch mit einem Schauspieler mitnehmen. Ja, toll. Gut, Glückwunsch. Danke. Habe ich aber verpasst. Aber da sind auch zu viele Film. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Da hieß er Deborah übrigens. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, ich habe draußen noch Plakate. Ja. Ich habe eine. Ja. Weil die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film. Und jetzt bist du ja jemand, der so, ich glaube, sich schon ein bisschen so als solitär versteht. Wir haben schon gehört, dieses Ausland, im Ausland drehen, anders arbeiten, das liegt dir sehr nahe. Aber verfolgst du denn das deutsche Filmgeschehen? Was würdest du denn sagen, tut sich da was? Und gibt es da vielleicht sogar Leute, wo du sagst, mit denen fühlst du dich irgendwie verbunden? Ich antworte mal kurz nochmal Filme ohne Dialog. Ich unterrichte tatsächlich Studenten das, weil ich das wichtig finde, dass man nicht immer nur Narration über Dialoge erzählt, sondern, um mal Hitchcock zu zitieren, da wo das, was aus den Mündern der Schauspieler kommt, ist fürs Kino verloren. Aber andererseits freue ich mich auch, dass ich quasi der Einzige bin. Weil ich sag mal so, wir sind ja hier in Frankfurt, der Hauptstadt der Werbefilmindustrie. Also man braucht ja auch als Regisseur sowas wie ein Unique Selling Point, ja? Also wenn jetzt alle Leute Filme ohne Dialoge machen würden, würde ich wahrscheinlich der Erste sein, der ganz viele Dialoge in den Filmen unterbringen würde. Oh Gott, also es gibt Filme alle paar Jahre, die ich ganz toll finde. Natürlich, also ich habe Toni Erdmann geliebt, ich habe Bunker geliebt, den glaube ich der Spiegel gerade dieses Wochenende auf seiner Webseite zeigt. Also es gibt ab und zu Filme, die wirklich ganz besonders anders sind. Das finde ich das Tolle. Ich denke, Kino sollte immer versuchen, neu zu sein, sich neu zu erfinden. Es gibt es selten, aber es gibt es vielleicht zu wenig, aber auch, das ist nicht in anderen Ländern anders. Es gibt großen Druck von den Finanziers auf Nummer sicher zu gehen und diesem Druck zu widerstehen, ist sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn die Filme kommen, dann gucke ich mir die an. Ich gucke mir viele Filme an. Ich habe keinen Fernseher, ich gehe ins Kino. Super, wir sind dankbar, dass du uns deinen Film hierher gebracht hast. Und bevor es draußen die Plakate gibt und du jetzt gleich noch einen Applaus kriegst, möchte ich auf die nächste Veranstaltung dieser Reihe hinweisen, denn das ist ein sehr poetischer Dokumentarfilm am 26. Mai, Sunset over Hollywood. Es gibt tatsächlich ein Altersheim für alte Filmemacher am Ende des Mulholland Drives in Los Angeles. Und Uli Gaulke wird kommen und uns diesen Film vorstellen am 26. Mai. Aber jetzt erstmal herzlichen Applaus nochmal für Veit Helmer, für das tolle Gespräch und einen tollen Film. Danke auch Uli Sonnenschein und Ihnen fürs Kommen. Bis bald.